Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Starfield. Ich bin ein mieser, schießwürdiger Typ und will die Spacer ausschalten. Allerdings will ich mir das andere trotzdem angucken. Ich will gucken, ob ich da eine Tür knacken muss. Und vielleicht... Weil ich muss noch eine Tür knacken und das würde ich ganz gern machen. Ich laufe mal hier kurz rum. Vielleicht kann ich da noch eine Tür knacken und mir so einen Punkt holen. Das wäre ganz cool. Ach nee, ich müsste die meiste Tür knacken. Schade. Gut, dann ist der Plan sowieso Geschichte, sage ich mal. Dann gehen wir die anderen ledern. Es sollte kein Problem sein, die Spacer abzuknallen. Außerdem hätte ich es eh gemacht. Ich hätte nur die Tür geknackt, dass ich da den Türknackpunkt kriege. Weil mir fehlt, glaube ich, noch ein Schloss, damit ich es dann aufleveln kann. Und es ist sehr belastend, dass ich mir mal so Experten und Meisterschlösser gefunden habe, die ich neu knacken kann. Also sollte das am besten der nächste Skill sein, den ich voll mache. Auch wenn ich das mit dem Handeln gern hätte, dass ich 10% mehr Kohle kriege, das werde ich mir auch besorgen. Ja, ich mache trotzdem Schläfchen, weil wenn ich ausgeruht bin, kriege ich mehr Erfahrung. Hä, bin ich nicht ausgeruht? Doch, ausgeruht. 10%, jawohl. 10%, jawohl. Ich lasse das mal unbekannt, dann weiß ich, dass ich da nur nicht fahre. Obwohl, wenn ich es entdeckt habe, kann ich mich hinbeamen, glaube ich. Das ist schon ganz schön weit. Das sieht man aus, dass ich klauen kann. Ja, wobei das mit dem Raumschiff klauen ist auch nicht so. Doch, es ist schon lukrativ. Man kriegt direkt Tausende im Zustand. Ich kriege Strahlung ab, ich muss schnell in die Höhle. Ach, wenn ich Ressourcen finde, kann ich die mal scannen. Ich kriege die Höhle. Untertitelung. BR 2018 Mieses Space-App-Penner. Oh, ich habe ordentlich Munition mit der... Ach, mein Sniper-Gewehr. Mein ab Snipern. Oh. Okay, da brauche ich keinen Sniper. Was sind sie denn alle? Sind ja alle in dem Haus, oder was? Hier draußen rennt einer rum. Wo schießt ihr denn? Ah, hier unten. Es sieht das Ziel voll schlecht irgendwie. Ach, Ultra-Make-up. Geht's, ey? Feuer! Feuer! Mach mal den Zeug hier. Da ist der Anführer. Da ist der Anführer. Hier reicht's jetzt. Hier reicht's jetzt. Wo willst du denn hin? Da brauche ich auch nicht mal eine gute Munition ausgeben. Ich glaube, der ihn prügelt. Zielwertkampf nicht überleben. Ich habe, glaube ich, die Waffe aufgenommen. Oh, der ist überall besser und der hat einen Dash-Boost-Pack. Was ist ein Dash-Boost-Pack? Das Problem ist, dass mein Rucksack, der hat Tragkraft. Das ist eigentlich geiler. Aber ich will wissen, was das Dash-Boost-Pack ist. Was ist daran jetzt anders? Dash-Boost-Pack. Das geht eher nach vorne, oder? Das Dash-Boost-Pack. Ist das so? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das einfache Boost-Pack besser, oder? Hm. Keine Ahnung. Ich hab' alle ausgeräumt. Ich hab' alle ausgeräumt. Ach, das war, da ging es noch gar nicht los. In den Minen hier geht es ab. Hallo, Captain. Schönen Tag, Captain. Gut, bevor ich hier reingehe, packe ich erstmal alles ins Raumschiff. Ich kann mich doch jetzt bestimmt hier hin beamen. Achso, ich muss über die Oberflächenkarte gehen. Ich war doch jetzt hier. Dann packe ich nämlich erst alles ins Raumschiff, dass ich wieder Platz habe. So, vielleicht eine Mine. Dann gehen wir kurz zur Front hier. Solange wir noch nicht drin waren, können wir noch schnell unser Inventar leeren. Und das bringt das Aufstehen. So. 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 Das kann ich jetzt erst mal im Schiff verteilen, das möchte ich mir doch hier hinlegen. Oh, Digi Dietrich, Helmut. Toll. Ich kann das einfach nur so hässlich dahin schmur heißen. Kann ich den Schmutz auch verkaufen. Der Stift ist ganz gut hingefallen. Nein. Ich hab wieder den falschen Knopf gedrückt. Was hab ich denn dabei, was alles so schwierig, so schwer ist? Schwierig. Ja, rein in die Frontier. Toll, ich wollte mir das so schön hinlegen. Upsi. Ach, wieder die maximale Lebenrunde. Ja, sobald man Helm abzieht, muss man sich sofort einen neuen aufsetzen, sonst vergisst man es. Dann müssen wir sie heilen. So. So, ab in die verlassenen Mine und Monsters killen. Oh ja. Level Up. Stimmt. Ja, zusätzliche Medipacks. Getrackte Ressourcen werden beim benutzen des Handscanners hervorgehoben. So. Das brauche ich glaube ich nicht. Mal kurz gucken oben, wo ich den erlegt habe. Ob da noch was rumliegt. Häufig produzierte Komponente. Oh, schwere Komponente aber. Oh. Ich glaube mit den Teilchenzündern kann ich dann Munition herstellen. 3,5. Das war schwer das Ding. Jetzt mal gucken, ob die Knarre was taugt. Ich finde, tue ich die dann nämlich auch weg. Wenn die einfach kacke ist, dann brauche ich halt Knarren mit anständigem Muni. Ich weiß gar nicht, war der Rowdy schon der Anführer? Nee, töte den Spacerboss, das steht immer noch da. Das Gute ist, das ganze Zeug kann ich mir ja in mein Räumchen legen. Warum ist denn mein Robofreund nicht da? Scheißdreck. Was soll denn das? Das ist doch Müll. Das ist doch teure Munition. Die Distanz müssten die mir eigentlich kaum Schaden machen. mit den komischen Waffen. Die dürften mich eigentlich auch nicht treffen. Aber es sind NPCs. Die NPCs, die haben immer Inbot. Treffen sowieso was. Der Dawnsniper. Oder so eine Lawgiver. raus. Jetzt. Ach, ich kann auch der Atem anhalten. Da brauche ich eigentlich genug Medipacks habe, um sie einfach alle niederzuwalzen. Und dann? Das ist ja auch nicht. Aber das ist ja auch nicht. Ach, looten kann ich, wenn ich so alle tot hab. Der rennt weg von mir, der Space Aboss. Aber ich muss mal aufpassen, dass ich mich umziehen kann. Ich hatte nur 25 Schuss. Ich bin hier! Ich bin hier! Weiter hoch! Jetzt gibt's was. Ich weiß nicht, ich will nicht. Ja, ja. Ja, ist nicht schlecht, Knarre, aber ich glaube, ich habe da echt bessere. So viel Munition mit der Kränze. Was machst du denn da mit? Hä, mit Ausrüstung vergleichen? Ach, meine hat nur fünf. Okay, meine Kränze ist kacke. Rum. Isabel. Das ist genau die Kränze, Wenige Distanz, wenige Masse, mehr Präzision und Präzision. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Irgendwie scheint mir hier recht wenig Loot zu sein, was ich bisschen traurig finde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt aber trotzdem zur Frontier, weil ich will meinen Roboter jetzt holen. Das ist blöd, dass der schon wieder nicht dabei ist, der Trottel. Ob der nicht mitkommt, wenn ich Schnellreisen mache? Mein Schiff, Wänderschen. Ich kenne das noch genau von Skyrim. Dann bist du da drin, dann ist da der Superloot und da kannst du die Kacke nicht mitnehmen, weil du voll bist. Das ist das Allerschlimmste. Niemand mag sowas. Ich kann auch direkt die erste Ladung von Schmodel verkaufen. Dann brauchst du deinen eigenen Comic, deinen eigenen Film und deinen eigenen... Das ist das Allerschlimmste. Ich kann auch direkt die ersten Ladung von Schmerz von Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020 Mir gefällt mir, dass die Schallgedämpfte so eine geringe Distanz hat. Ich finde die Distanz von der Grendel eh überschaubar. Ein Song? Das müssen wir irgendwie tun. Auf dem Zweck habe ich ihn jetzt in meinem Schiff drin. Da geht noch was. Upsi, jetzt habe ich alle Ressourcen rausgenommen. Muss ich echt zu Fuß gehen? Ich glaube, dann scheiße ich auf meinen Robofreund. Obwohl, wenn ich jetzt hier bin und jetzt eine Schnellreise mache, dann ist er hoffentlich dabei. Jawohl. Gut, also muss ich erst aus dem Schiff raus. Hätte ich jetzt sogar wieder ein Schläfchen machen können. Naja, was soll's? Ich habe zwar kein Schläfchen gemacht, aber wir machen ein kurzes Päuschen, bevor wir fertig machen. Denn wir sind schon wieder über eine halbe Stunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.